um deswegen wirst du mich ja nicht sehen den büden d das ist das weiterbauen komm ja ich bau die Scheiße hier erstmal ab ja ok ja und zwar fang ich hier an ich baue jetzt Leitsein erstmal hoch dass man überall hoch kann ohne Wasserfall zwar jetzt ja den kann man ja wieder erneuern man braucht ja nur einen Eimer Wasser ja ist ja egal ja Lorenz ist jetzt kein Thema mehr ist ja egal nee das ist anders du hast das Wasser weggemacht und es hat schon perfekt geflossen jetzt breitet sich das Wasser neu aus ja wie ich weiß auch genau die Stelle ich weiß auch noch genau die Stelle wo es raus kam das macht keinen Unterschied leider ja wieso macht das denn keinen Unterschied Testback ey weil ähm ne das ist einfach die Physik verändert sich immer so ohne Scheiß achso ja das ist das Problem daran das wird jetzt niemand so aussehen wie es vorher aussah ne komm das ist es echt jetzt ja aber ist ja nicht schlimm wir versuchen es einfach so das hinzudeichseln äh jetzt habe ich wieder Schuldgefühle äh äh ja ich mach jetzt einmal Wasser und ich mach ich brauch ich mein es kann ja nicht schlimmer sein als ohne Wasser äh ich hab jetzt tatsächlich einen Weg laut klar ok also äh Jan zwischen unseren beiden Häusern gibt es jetzt noch eine äh andere Verbindungsstrecke äh hinter dir ist ein Skelett das schieße ich wieder her wo steht da oben neben dem Creeper ja genau das ist da wirklich guck da ja schon ich weiß aber auch also hab ich den Scherz jetzt oder dann fang ich mal an die abzubauen die Kacke hier die Kacke what the lol lol alter wow ja alter alter hilfe ich komm bei deinen Öfen aus alter bist du ne Rettung ey Jan du weißt gar nicht was gerade passiert ist oh ne scheiß ich bin da ist das Skelett gewesen was ich hab erst noch ein halbes Leben bitte nicht schlagen ähm da ist grad das Skelett gewesen was ähm was du gesagt hast und ich bin da runtergefallen bin genau in den Gang von Lorenz gefallen hab mich einmal mitten da rum gebaut und dann bin ich genau bei dir ausgekommen du warst es ich dachte da wäre ein Skelett runtergefallen alter hast du was zu essen für mich dann sterbe ich gleich äh vier alter krass alter willst du mich verarschen du hast vierzig davon ja ich hab noch einunddreißig Schweine ja weiter gebe ich dir jetzt alles wieder darf ich fünf behalten ok der nicht meine mal kurz Ich baue das mit, darf ich baue das mit? Arsch! Naja, jetzt könnt ihr euer Wasser vergessen. Nein, hier. Blutrache ist Rache. Ich muss endlich mal, ich brauche eine Endertruhe. Naja. Du wirst denn egal, was auszumdringen, die ganzen Sachen wieder. Alter. Boah! Ich wollte eigentlich schon den Block ab und auf dem du rumstehst, aber ich hab's dann gelassen. Warte, lass mich da drauf springen, dann kannst du das hier abbauen, okay? Ähm, warte, was willst du tun? Ach so. Ich dachte, der steht daneben. Die ganze Zeit fallen hier irgendwelche... Jetzt sind wir quitt. Ach, das ist der Kabel von euch. Der könnte uns vielleicht töten, indem der jetzt einfach einen Bogen hätte, ne? Aber... Äh, na, von oben in der Base drin hab ich's hingelegt. Okay. Nehm der Tor. Ja, und dann sind wir, der wartet uns schon. Leute, läuft einfach mal straight in unsere Base rein. Danke. Au. Alter. Neiße. Ah, jetzt kann ich versuchen. Die war nicht zufällig noch irgendwo essen oder so. Hätte selber nix, deswegen wär's mir aufgefallen. Dann nehm ich's sowieso nur von Rottenflash. Rotten. Äh, das ist... So, so. Äh, wir brauchen ein Endeauge und... Ja, Mann. Äh, Endeauge und... Äh, Endeauge und... Äh, hätten wir noch zwei Bücherregale und drei Obsidi- äh... Äh, Obsidialen drei und... Was willst du denn damit? ...bücher? Könnten wir... Verzauberungstisch. Achso, ja. Genau. Ähm... Plattier mal kurz n bisschen was, ne? Frustellig. So, jetzt haben wir kein Wasserfall mehr. Mach ich gleich. I try to make it... Make it necked. Äh, Boston. Zum, wie hat uns gesehen? Ähm... Gordon. Ähm... Ähm... Und der untersten am Bett ist dann das ganze Koppel drin. Okay. Um es dann... Dann... Mal neu anholzen, was reif ist. Mal neu anholzen, was reif ist. Ah, lassen wir das sein. Dann... Mal neu anholzen, was reif ist. Mach mal den so... F... Jan, weißt du noch, wie Alex nicht Minecraft spielen konnte, weil irgendwie sein PC das nicht ausgehalten hat? Sogar ganz am Anfang noch. Ja, ich hab vor die Stelle, wo das Wasser rausgekommen ist, eine Fackel gestellt. Okay. Ähm... Ist der nicht diesen Ultra-Gamer-PC? Jetzt, ja, aber... Da folgt dir doch auch nur ein Laptop. Ja, das kann ich ja woher, das hatte ich auch. Genau das gleiche Schicksal. Immer die Leute, die mit Laptops anfangen und dann die besten Gamer-PCs bekommen. Also wirklich. Hallo, ich hab mir den voll Hardtour erarbeitet, ja. Naja, ja. Ja, ist so. Mit... Ein paar Schmatzen auf die Wange. Äh, ich hab'n Baby-Zombie gehört. Ja, ich auch. Deswegen haben wir schon die Tricks zu... Äh, nein. Ich hab' in, äh... Ah, der war tief. Ah... Was? Der Witz? Niveau? Geronimo! Oh, ja. 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 Ich hab' eine Schäune abbauen, die kann man sicher noch gebrauchen, ne? Ähm... Ach so. Äh... Und ich will erstmal einen unendlichen Wasserbrunnen machen. Ein paar. Ja. So. So. Ich hab' noch was anpflanzen. Anna, Gorn nimmst du noch auf. Ja, ja, klar. Fackel, fackel, fackel. Ich hab' gesprochen. Halt die Fresse, du Mini-Zombie, Alter. Das quietscht, Alter. Ja. So langsam könnte man auch mal wieder anfangen, ein bisschen mehr zu reden, ne? Ah. Sonst werden die Folgen noch ein bisschen... Ach ja, okay. Zuschauer sind ja schon so einiges gewählt. Oh, du, Ranz. Fang doch an! Erzähl doch mal was, ja? Warum müssen wir immer reden, ja? Ich hab' einen Notausgang quasi gerade gebuddelt. Ja, ja, weil ich mich konzentrieren muss. Ich versuche hier schön zu bauen und... Alter, ich bin doch gerade... Ja! Sicher! Ey, ich bin so mega müde! Ich würde doch einfach mal sagen, vielleicht, Jan, wenn du aufnehmen würdest, dann würde ich jetzt aufhören und pennen gehen. Also wieso? Ich hab doch... Ich würde doch eigentlich auch geändert. Ich würde jetzt schlafen werden. Ich warte nur darauf, dass du das sagst, ja? Äh, naja... Ich muss mal gucken, wie viel... ...Migarbeit... ...überhaupt noch auf der Festplatte hier haben. Das ist nicht mehr so viel. Ich müsste mal zu zweit aufnehmen, weil ich werde auch oft geändert. Wenn ihr dann überhaupt noch aufnehmen wollt. Wäre ja kein Thema. Ich würde dann jetzt schon mal die Abmoderation auf jeden Fall machen. Ja, ohne zu spoilern. Ja, vielen Dank, Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen! Das war also quasi unsere erste Aufnahmesession im Minecraft Multiplayer temporärem Projekt. Ja, wir sind schon weit gekommen. Wir haben schon eine geile Eingangstall hier errichtet. Die wird noch richtig groß pompös, keine Angst, mit rotem Teppich und so. Wird alles cool gemacht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr drei, euer Resümee. Was wollt ihr loswerden? Wie ist das alles hässlich? Wie ist das alles hässlich? Wie ist das alles geil? Ja, vomgottes Wasser... Hammergeil, der... Und es läuft, es läuft perfekt hier drüber. Ja, das war klar. Wegen der Physik. Wegen der Physik mit Ü. Ja, FÜ. Ja, perfekt. Das war's schon. Nein! Wir müssen hier irgendwas raufbauen. Warte, ich hab ne Idee. Das lässt aber grad auch so. Bisschen. Fuck. Feld wird überschwemmt. Weiter bauen, weiter bauen, weiter bauen. Wo? Ähm... Nein! Scheiße. Scheiße. Verbindern und geh, ey. Ich hab's zwar schlimm bessert. Äh, ich mach gleich. Baba macht gleich. Ähm... Loin! so hier läuft doch das wasser ja aber fertig läuft dort alle soja das ist gerade die hälfte unseres gespült hier jan also breite darf dieses holz gebilder nicht mehr werden weil sonst komme ich bei der leiter da und da nicht mehr hoch ja keine sorge das ist fertig hier auch endlich von der woich hat er so eine scheiß hingepflastert wie schnell baut ihr denn hier geile sachen hoch der ist wir haben es nicht übertrieben mit einer nacht und der server ist anders ja ich bin unberechenbar aufwärmung alter wotter fack ich finde ich ja immer nur die ganzen sachen farm schön dass einfach aussieht leck mich mal für der mensch als winterfreundlich ja cool ok ich sagte mal vielen dank fürs zuschauen leute werdet auf jeden fall die noch einige mal sehen bis dann haut rein tschau